Hallo meine lieben Freunde, das heutige Video ist gesponsert von AOE.com. Diablo 4 kauft einfach Gold und Items wie ihr wollt und ihr bekommt von mir nochmal 3% über den Zausel. Also für die Leute, die keine Zeit zum Farmen haben, auf geht's. Heute geht's zum Leveln ab Stufe 1. Da ist es ja bekannt, es gab ja so ein, zwei Dungeons, die man da machen kann. Heute geht man aber in den Tunnel von Doomheim. Warum geht man in den Tunnel von Doomheim? Ich starte hier mit meinem Barbar mit 27 und ihr dürft nicht vergessen, gerade es ist ja bisher so gewesen, dass man eben eine höhere Monsterdichte hat in Albtraumdungeons, auf der Höllenflut oder Höllentight, wie man heute sagt, ja. Aber hier ist es so, hier haben wir auch, warum auch immer, eine sehr hohe Monsterdichte. Und hier können wir wirklich schnell da immer durchflitzen. Wir können uns auch das ein oder andere Item noch eben abgreifen. Und dann habt ihr halt die Möglichkeit, hier flink eure Levels zu machen. Das Schöne an diesem Dungeon ist auch gleichzeitig, dass man immer ein Event hat und es ist halt die Möglichkeit, dass man eben einen Schrein hat, die man mitnehmen kann. Ob es jetzt Blitz ist und was auch vielleicht toll ist, ich habe es bisher noch nicht erlebt in den Schreinen, dass ich da irgendwie warten muss oder Monsterwellen. Und selbst wenn Monsterwellen kommen, gibt es wieder mehr Erfahrungspunkte. Hier ist das Schöne, ich kann da eben durchlaufen. Jetzt wisst ihr alle, Barbar ist ja noch am Anfang auch nicht so ganz so einfach. Ich habe ihn auch schnell schon als Hotter so weit gebaut, wie ich ihn nachher haben will. Aber man hat ja nun auch nicht immer Zeit, sich ziehen zu lassen. Oder die Leute sind nicht da. Oder man will mal mit der Klasse mal so ein bisschen rumexperimentieren. Was will ich denn? Weil beim Ziehen geht das gar nicht. Dann passt das wieder nicht. Und ihr kennt diese Problematiken. Und gerade die ersten Level, bis man so Level 40 ist, ist ja schon teilweise, wenn man niemanden hat, der mich zieht, doch relativ zäh. Okay, und ich kann hier einfach auch so ein bisschen meine Waffen leveln. Das ist auch gar nicht schlecht. Ich habe hier, wie gesagt, eine hohe Monsterdichte. Und es geht halt rasend schnell. Also mit dem Barbar würde ich sagen, ist es überschaubar. Da seht ihr jetzt an den Erfahrungsbalken, man läuft hier gut rein. Ich habe, wie gesagt, mit 27 angefangen. Und dann wühlt man sich da so durch. Hier kloppe ich oder prügele ich noch ohne die Endfähigkeit rum. Nachher habe ich sie in den nächsten Szenen, kann ich euch sagen. Da sind sie dann da. Allerdings muss man sagen, man muss auf jeden Fall auf Heiltränke achten. Weil man packt ja nicht so, man geht ja nicht alle 5 Minuten rein und wechselt seine Waffe aus und guckt. Ich mache das immer so intervallmäßig. Ich mache mal ein paar Dungeons. Und dann gucke ich wieder, was kann ich denn da noch in die Hand nehmen. Und meist nehme ich sowieso nur die Plusfertigkeiten und die stärkere Waffe halt für eben mein Hot-Tun und eben für mein Rumgekloppe auf der anderen Waffe. Also ich spiele, wie gesagt, mit den zwei Zweihändern. Und die Einhänder sorgen eigentlich nur für meine Buffs. Aber ihr kennt ja alle den Hot-Tun. Ich werde demnächst auch noch mal ein Bild darüber machen, sodass wir uns das gemeinsam angucken. Aber jetzt will ich ihn erstmal hochleveln. Ihr kennt, bei mir beim Zausel ist es immer so, ich mache Szenen aus der Praxis, nicht mit Level 80 oder wie auch immer. Hier seht ihr das. Also das sind schon Mob-Gruppen, die Spaß machen. Da ist immer mal auch hier so ein Herz-Heini dabei, den man wunderbar eben mitnehmen kann und rumhauen kann. Also wie gesagt, ich habe im Moment auch noch gar keine Herzen. Das baue ich mir gleich erst ein, sodass ich dann den nächsten Schwung dann noch schneller machen kann. Das ist wirklich gut. Der Endboss ist ein bisschen zäh. Wie gesagt, ich spiele auf Weltstufe 2. Normalerweise levelt man ja auf Weltstufe 1. Aber ich mache das hier auf 2, weil das geht auch entspannt. Und da kann man sich das mitnehmen. Ich bin auch so blöde gewesen und habe hier auch noch einen Trank vergessen. Man hat hier immer mal ein kleines Kassenbuch. Das gibt, glaube ich, ja auch Punkte. Glaube ich, weiß es nicht genau, nagelt mich nicht fest. Schreibt es in die Kommentare, ob es da auch noch Levelpunkte für gibt. Dann weiß ich das auch nochmal für mich. Dann klicke ich da nicht mehr drauf, weil ich achte da auch gar nicht immer so drauf. Ja, dann flitzt man hier eigentlich durch. Der Dungeon ist auch eigentlich schnell zu machen. Es sind schöne lange Gänge. Also wirklich für jede Klasse kann man da richtig schön durchpinseln und durchlaufen. Dann hat man immer wieder von unten, von oben welche. Die sind schön auf dem Pulk. Also das ist auch für den Wirbelwind wäre es ein Traum. Ich muss das, glaube ich, auch mal mit dem Wirbelwind testen und mir mal ansehen. Aber ich will ganz gerne Hotter spielen, weil ich Hotter einfach gerne spiele. Das macht mir persönlich eben auch Spaß, mit dem also so rumzuzocken und rumzutütteln. Ich bin auch mit meinem 56er Mage hier drin gewesen. Hab das auch mal getestet. Hab erst einen Albtraum-Dungeon gemacht und dann dieses gemacht. Lustig war, dass die Erfahrungspunkte dieselben waren. Das ist komisch. Also, was heißt komisch? Also, es ist witzig. Das heißt, die Effektivität, auch noch hier durchzugehen, auf Albtraum, also auf Stufe 3, ist spannend. Ich werde auf jeden Fall mal testen, wie fühlt es sich an, wenn ich auf 4 gehe mit meinem Mage, um mal zu schauen, was grase ich denn da an Punkte ab. Aber wie gesagt, so weit bin ich noch nicht. Also, das könnt ihr ja auch mal testen. Schreibt es in die Kommentare rein. Was habt ihr dafür für Erfahrungswerte? Findet ihr das Dungeon gut oder ist euch das auf die Dauer zu langweilig? Oder macht euch das überhaupt gar keinen Spaß, das so zu machen? Ich persönlich finde das eigentlich ganz gut. Schön sind natürlich, wenn die Hebel nochmal dabei sind. Da gibt es ja auch immer nochmal ein paar extra Pünktchen. Hier war jetzt eine Truhe, wo mein Boss drin ist. Da gibt es auch nochmal ein extra Pünktchen. Und ihr seht, wir sind jetzt schon hier bei Stufe 30 gleich angekommen. Wie gesagt, wir haben mit 27 angefangen, sind gleich 30. Ich habe jetzt ein paar Szenen auch eben gesplittet. Also diese Verwirrungsgänge, die wollt ihr euch natürlich von mir nicht angucken, wenn ich da wieder planlos durch die Gegend laufe. So, hier bin ich dann schon 32. Also nochmal zwei Levels oben drauf. Das habe ich jetzt ein bisschen langsamer mal gemacht. Jetzt habe ich auch die Fähigkeit vom Barb, dass ich halt einfach raufkloppe, dass das alles mehr kostet. Aber ich habe halt noch keine große Regeneration drauf. Das muss auch noch kommen. Aber ich sage mal so, es geht eigentlich ganz gut. Hier ist natürlich immer Gift so eine Sache. Hier wäre vielleicht auch der Gifttrank noch eine gute Idee, dass es noch ein bisschen einfacher geht. Aber im Großen und Ganzen seht ihr hier, man kann das wirklich schnell machen. Und es geht auch fix. Ja, also das ist ja für euch ja letztendlich wichtig. Geht es schnell? Geht es nicht schnell? Kann ich das gut machen? Klappt das? Überlebe ich das überhaupt? Und ich kann euch sagen, ja, man überlebt es. Ich bin bei den ganzen Runs zweimal gestorben. Nehmt immer, wenn ihr wieder raus teleportiert, den Pulk vorweg mit. Da ist nämlich auch eine sehr, sehr große Truppe im Vorfeld. Ja, und dann wieder rein ins Dungeon. Und dann bin ich gleich auch schon Stufe 33. Also ihr macht roundabout pro Run etwas über ein Level, was natürlich nicht schlecht ist. Das macht Sinn. Also pro Run ein Level ganz schnell, zack, 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 eben durchgelaufen. Wenn man es schneller machen kann, wird es gehen. Also ich glaube, wenn man das so ein bisschen koordiniert und plant und nicht so planlos rumläuft wie ich, denke ich mal, ist man mit 5 Minuten, 7 Minuten dabei. Dann hat man das erledigt. Und ich glaube, dann kann ich in der Stunde, also wie gesagt, sagen wir mal, 10 Minuten sind wir gar nicht so. Dann mache ich hier in der Stunde meine 6, 7 Levels. Und das ist, glaube ich, dann auch prima. Ja, das soll es auch von dem Guide gewesen sein. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß. Probiert es aus. Lasst einen Kommentar, lasst einen Like da. Schreibt was rein. Sagt mir, was man da verbessern könnte. Oder ob ihr eine andere Idee habt. Euer Zausel.